Ich baue schon mal das erste Herz fertig. Herz? Was? Ja, wir haben ja so ein lauter Viertelherzen gekriegt. Achso, Herz. Ja. Ja. Mampf. Mampf. Jetzt haben wir neun Leben. Schön. Alle? Alle. Wir teilen die uns. Wenn man euch zusammen in den Knoll zusammenstauft, euch lang genug umrührt, dann habt ihr am Ende ne Katze. Eine unglaubliche, unförmige und hässliche Katze. Hässliche Katze. Oh, was ist das denn für ein Baum hier? Der ist ja voll komisch gewachsen. Ach, die ist aus Knochen. Okay. Ich mach mal noch so ein Stringbaum da oben hin. Naja, machst du das. String? Wirklich String? Ja. Wie nennt man die Silkworm? Oh, Frank! Du verschwendest die ganzen potenziellen Setzlinge. Achso, ups. Ja, ich bin doch Anfänger, musst du wissen. Schnell! Schnell! Oh, es regnet. Juhu! Abwärm! Einer! Ja, hoffentlich sind die ganzen, ähm, die ganzen Wasserauffangbehälterchen leer. Wasserauffangbehälter? Ja, die bringen eh nicht viel mehr. Aber die müssen jetzt unbedingt mit Wasser gefüllt werden. Ja, werden sie. Also die drei, die noch nicht voll sind. Was bringt das dann? Da ist noch Wasser. Kannst du rausnehmen. Ist das denn die Krimen da jetzt? Ist das Rebill oder das Cobble oder was ist da da drin in den letzten? Das ist String. Das ist String, okay. Ich dachte, da braucht man nur acht, aber ich hab vierzehn Stück oder so reingebauten. Brauchen wir also wahrscheinlich sechzehn. Ja, wahrscheinlich. Was kommt denn dann raus? Ja, wahrscheinlich auch wieder Dreck. Oder Wolle. Oder Wolle. Aber du, du, du musst doch, da musst doch Seide nicht zur Wolle kompostieren. Ja, das wäre ein bisschen doof, ja. Dann kriegst du ja am Ende eher wieder ein lebendes Schaf raus. Das ist ja... So, warum? Nice! Geben die Dinge ihre Rezepte raus? Ich glaube nicht. Hattest du wofür? Buch Alchemic. Okay. Wie viel Dreck haben wir noch oder ist das alles zu brauchten? Ich hab aber keinen mehr. Ich hab noch, noch, noch. Ja, auch keinen mehr. Okay. Ja, dafür haben wir ein bisschen stein. Muss ich diese Axt doch eigentlich wieder reparieren? Ja. Wäre sinnvoll. Du kannst sie auch kaputt gehen lassen, aber... Das ist vielleicht nicht so praktisch. Ich hab gedacht, die nutzen die Lebensanzeige für die Anzeige des Levels quasi. Ja. Ne, ich glaub nicht. Oh, schade. Na gut. Hm, warum verliere ich hier so schnell Level? Das hat bestimmt sein Sinn. Das hat bestimmt sein Sinn. Klick doch einfach mal für die Source-Füll. Ja, das geht doch leicht. Gut, wir müssen uns einen Korbel-Generator bauen. Schön. Zwei Reward-Backs sogar. Mit Moment, Hammer verwenden, um Korbel in Gravel zu verwandeln, um Gravel in Sand und Sand in Staub. Richtig. Ist das nicht ein Verlustgeschäft? Wenn ich im Endeffekt Staub rausbekomme, oh my god. Ist ja die gleiche Menge, ist bloß staubig hier. Okay. Darf der Staub in den Regen? Garantiert. Oder kommt der Matsch raus? Da kommt der Matsch raus, ja. Okay, dann mach ich das nicht drin. Ja, also nicht da, aber wenn du den absichtlich in Wasser tumpst, praktisch. Also in der Barrel tust mit Wasser. Wann komm? Was mich eher wundert, ist, welche Ausdauer man doch manche haben. Von den Minecraft-Leuten. Dass die mit einem Holzhammer wirklich Kieselsteine in feinsten, feinsten Staub verwandeln können. So, ich glaub, das hab ich jetzt alles fertig gemacht. Ne, du musst alle vier Menüse bringen. Äh, gut. Du brauchst praktisch vier Kobbel insgesamt. Ja, schön. Wie viel Stein ich nochmal noch? Ein bisschen, wenn ich viel... Also noch zwei... Zwei. Ja. Also du hast noch zwei Kobbel da liegen. Also das passt doch. Ja, nee. Zwei Steine brauchen wir noch. Ja. Ja. Brauchen wir ein bisschen Dreck, ne? Nee, einen Stein brauchst du noch. Nee, doch zwei. Bei drei Sitzungen? Nee, noch einen. Die konnte ich hier reinlegen. Was ist denn nun? Du brauchst nur noch einen, weil du brauchst einmal Staub, einmal Kobbel, einmal... Gravel, einmal Sand. Einmal Sand. Deswegen brauchst du nur noch einmal... Gravel war doch die, ne? Du brauchst nur noch einmal Kobbelstern. Genau. Das heißt, du brauchst noch zwei von den kleinen Steinchen, dann passt das. Jo, heißt, wir brauchen noch einen Block Dreck. Ich hab'n Block voll Dreck. Was? Wie viel Setzlänge hast du noch? Sieben. Ja, dann haut die mal rein, ich hab auch noch vier. Im Haus steht auch noch eine. Wo rein? Ja, warte, ich mach dich nicht mehr. So. Das ganze Wasser verschwendet. Ja. Lass uns die Barrel mal untersteigen. Ja. Ach so, das steht ja hier eigentlich. Oh. Okay, ich mach's drauf. Ja, ja, dann tun wir wieder zurück. Das wird bestimmt viel schneller kompostieren, wenn du dich draufsetzt, ja. Ja, ich kreze das hier durch, wie man das mit dem Wein früher gemacht hat. Körperfluide, ja. Das auch. Ja, wird schon ein bisschen freundlich. Ja, warum wohl? Ja, ja. Ach, der Mokot durchziehen macht mir immer lecker. Kann her denn mehr. Wir hauen aber die... Warum denn die Öffel nicht... ...durchkompostieren denn? Warum? Du willst, dass die unbedingt noch weniger Leben zurückgeben, oder? Ja. Sag ja noch, ja. das ist dreck es ist dreck das ist ja dann eigentlich voll das cheating weil wir müssen hast du schon bei den 300 prozent also hast du die schon abgegeben was wir was im moment hast du gravel oder so schon mal abgegeben habe ich noch nicht mehr ja weil wir kriegen dann insgesamt vier cobblestone drei cobblestone und so weiter zurück wo ist doch voll cheating es ist ja das sagte ich ja schon aber es geht schneller und darum geht es ja hier wir wollen nicht unsere ausdauer weisen so moment was habe ich getan was passieren oder wie das wollte ich nicht ja brauch ich gar nicht passieren wo ich ein winter haben wenn wir sie mit so ziftels ach okay die kohannsfragen bis zu einer wirst du die bürger die bürger die bürger oder lieber würden wir haben es volles herzen also ich will hier ja ich mein weg wir kriegen ihr alle halbe herzen von daher braucht man es von der zählendung ich nehme die erste dann nehme ich die zweite und franzlos sie an aus in die dritte also ich habe das erste Ich hab ne Basic Urne gekriegt. Ich hab ne Good. Cool. Was ist drin? Papier! Oh mein Güte. Kirschgelee. Und... Blackberry. Schwarzbeeren. Pombeeren glaub ich. War das alles? Das sind Snacks. Cherry Jelly Sandwich. Nein! So war knapp ne Scheißgrüße. Ein herzhaftes Frühstück. Mit Ei und allem. Ja. Okay. Wenn du in Pott tustest du einen Weingar am Ende raus. Was anderes. Ich jetzt mal Weingar. Keine Ahnung. Hab denk ich euch schon euren Swarm gesetzt am Bett? Nö. Ich schon. Jetzt. Jetzt ist es vorgewärmt. Oh. Ach sieh mal einen an. Das haben wir also auch drin. Morpheus. Komm schon. Oh ich glaub ich bin hungrig gerade. Du hungrig dass du nicht mehr aufstehen kannst? Ja. Geben wir es an's Bett. Ich will Fleisch. Ja. Ja. Hier ist Markus. Oh. Die glaub ich denn jetzt schon ne bessere Spitzhacker. Ja die hab mal in der Quest dazugekriegt. Okay. Pick of Miss Fortune. Okay. Das Ding ist halt die wirst die glaub ich nie reparieren können. Nö. Weil es Song Zeug ist. Ehrlich. Die andere auch. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Einfach das? Au. Hast du dich erwischt? Nein aber... Schade. Genau neben mir. Dass alle... Wie heißt es jetzt? Tools die wir noch kriegen werden. Irgendwie einen recht bitteren Beigeschmack im Namen haben werden. Möglich. Das wär cool. Schuh schuh. Am Ende hast du dann die ähm... Keine Ahnung. Super ultra... Ultra krasses Schwert. Das ist der Hohrbaum. Die... Mit... Die Klinge der... Langweiligkeit oder so. Keine Ahnung. Die Klinge des einsamen einsamen. Die mächtige Klinge der Langweiligkeit. Eben. So cool. Die Klinge der du bist jetzt schon viel zu lange auf dieser allein insel. Auf dieser einsamen Insel. Mit zwei anderen Leuten. Einsam. Die Klinge der get some friends. Was ist denn die nächste Quest eigentlich? Eine Aurum Klinge. Das klingt irgendwie voll episch für dich. Genau. Goldschwert. Da kann ja jetzt einer fischen gehen. Und der andere... Geht... Das andere Zeug machen. Die Frage. Welche dieser Reward-Bags ist welche... Reward, ne? Weil... Die vordere war in dem Fall die normale. Deswegen. Ja, das heißt, wir müssen halt nacheinander ausprobieren. Ja. Ich geh ne Runde fischen. Gut, dann geh ich mal steinschmelzen. Und ich, äh... Ich warte. Krawel... Sand... Sand... Dust. 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 Durst. Joon. Vögel, oder Sand... Und so weiter. Ist das mir schon zu doof eigentlich, ganz ehrlich. Mal schauen, da habe ich... Staub... Und den ziehe ich einmal durchs Wasser durch. Ah, hast du nassen Staub, aber okay. Mach nur das Schönes. Broken Iron Ore habe ich gerade. Okay. Und Broken Lead Ore... Led... Led Ore... Led Ore... Okay. Ja, das ist, wenn man Gravel, Sand oder so... Ja, rechtsklick. Einfach rausnehmen damit. Ja, genau. Clay, okay, das ging schnell. Ähm... Cool. Ja, nasser wird es nicht, also... Gut. Weiter. Das kam jetzt danach. Aber gut zu wissen, dass wir leben einfach nichts weiteres, als dass nasser Staub. Naja. Okay, Balls, you need to craft a crystal and bucket. Und die musst du dann feuern, dann musst du die neue Angestellte suchen und seid ihr fertig. He's not unrefined. Unfiled, okay, ja. Übrigens, du weißt, wie man die Teile baut. Wahrscheinlich genauso wie die anderen auch. Äh, nee, das ist Porzellan-Clay. Das ist normaler Clay. Ich hab Porzellan. Mit Bauenmehl, okay. Okay, eines müssen wir uns merken. Aus Staub, Wasser und Knochen wird Porzellan. Ja. Ähm... Gut, das heißt, ich brauch noch mehr Staub. Lass uns mal claimen. Wir haben nicht genug Dreck, wir haben nicht genug Staub. Wollen wir mal claimen, okay, dann gehen wir mal claimen. Wir sind eine arme Familie, ja. Also, wir nehmen was? Ähm... Fangen, 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 egal, fangen rechts an. Okay, dann sag, was rauskommt. Also, an Stufe. Was heißt rechts für eins? Zwang? Äh, ja, soll ich jetzt nehmen oder nicht? Ja, nehm mal und sag, was unter der Tasche drunter steht, bevor du sie aufmachst. Ähm, Moment, Basic. Okay, dann, dann die zweite von rechts. Okay. Markus? Claim, ja, ja, ich nehm schon. Basic. Dann nehm ich die. Okay, ich dachte schon. Was? Uleg. Gib dir mal unsere Chest jetzt. Wuhu. Ui. 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 Schild, viele Farben. Das ist in der Basic Chest drin. Die ist auch Basic hier. Das war in der Basic drin. Wow. Und was hast du? Ich habe, äh, das ist, was hab ich jetzt gerade bekommen? Das Viertelherz. Und zwei mehr Spaghetti. Ah ja. Spaghetti. Spaghetti. Das ist ein Papier. Respirationspapier. Okay, okay. Oh, blaze powder. What? Auch Chrome. Oh, Frank. Du bist verhungert. Wie ging das denn jetzt? Ich hatte noch volles Leben. Du bist verhungert. Das ist das, was ein blaze powder ist. Das ist das, oder? Das ist das, was ein blaze powder ist. Ich meine Ahnung. Ja, der hat blaze powder auf. Und der Kopf, nicht hast du da jetzt nichts wichtiges von an. Ja, ich glaube ja nicht. Außer dein Leben natürlich, ne? Ja, blöd. Oh, ich habe meinen eigenen Kopf hier gerade in der Hand. Höhöhöss. Hallo. Den hänge ich als Trophäe hier auf. Ja, genau. Jetzt können wir Doppelkopf spielen, was? Was? Doppelherz. Besonders, weil der Kopf jetzt wird angezeigt. Okay. Hallo. Geil. Aber mal ehrlich, achte mehr auf dich, ja? Wer braucht... Ja, kratsch. Ging's genug. Pulverisiertes Kupfererz, okay. Wer braucht einen Spiegel, wenn er seinen eigenen Kopf hat? Oh, guckt Fisch, hallo. Okay. Dann geht alles dabei. So, wie geht das jetzt weiter? Aber es ist ein Ton-Einmacher, so unglaublich haltbar. Hat jemand meine Angst? Nein. Für den Bucket brauchst du jetzt nur Clay, ne? Ja, ja. Aber ich muss gerade nachsehen, warum überhaupt. Du brauchst den einfach. Für... Okay. Okay, wir brauchen ne Fackel. Das heißt, irgendjemand baue einen Ofen. Ja, wir... Wo... Wo... Warte, da ist was. Hat niemand meine Angst? Aha! Ah ne, ernsthaft jetzt! Ich fall runter. Wir sollten uns vielleicht ein Zaun bauen, oder zumindest dieses Loch hier stopfen. Ich bereue es immer noch nicht, nicht mitzuspielen momentan. Sag ruhig. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Alter, es ist peinlich. Ja, warte, du kannst mal hier... Ich habe noch ne Axt über... Äh, ne Picke. Juhu! Äh, naja, mehr habe ich jetzt auch. Was? Ja, gut, wenigstens etwas. Dann baue ich mir halt eben irgendwie... Warum machst du das doppelt? Ob man auch wirklich nicht drüber fallen kann. Ah. Zumindest von hier unten aus. Reicht es denn nicht, das nur oben zu machen? Äh, dann könnte man... Ja, eigentlich. Damit die Items nicht runterfallen müssen, müssen wir das ganze Loch hier stopfen. Wenn wir halt ein bisschen mehr Holz haben, können wir das machen. Weil das ist eh eine schöne Baufläche da. Ja, mach es halt gleich weg. Musst du passen. Kannst du Zeugfeier auch weg machen, ne? Na, na, mal. So, passt. So, unglaublich, dann könntest du den Rest auch noch ausfüllen. Genau, danke. Professional at work. Dreck. Professionally work. Dreck. Star Dreck. Genau. So, was ist jetzt mit Slap? Wir brauchen Kobbel. Wir brauchen Kobbel, genau. Ich habe jetzt... Kobbel, drei Kobbel. Ja, dann... Wir brauchen sechs. Sechs? Ja, es gibt ein Slap Firmess. Ah, okay. Da brauchst du sechs, vier. Gut, ich habe jetzt vier... Und ein kleines Steinchen. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Dreck. Eine Farm, glaube ich, sollte man auch noch so ein Baum bauen, weil ich habe nichts mehr zu essen. Wie man aus vier Kieselsteinen so einen ganzen Kottelstunden macht, das sind dann sehr große Kieselsteine. Ja. Die auch so gut durch dieses Sieb durchpassen. Oder aus dem Sieb rausgefiltert werden. Well fed. Mh, ja, Regeneration wird dir hier angezeigt. Achso. Spaghetti. Hör doch auf, Spaghetti zu fressen. Das meine ich war nicht ganz voll. So funktioniert es nach einem bestimmten Pegel, ne? Bitte? Du musst immer ganz voll sein. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Wieso? Keine Ahnung. Merke. Ja. Was? Das war einfach so interessant ausgesprochen. Scheiße. So. Zwei Setzlinge bräuchte ich noch. Danke. Wir brauchen eigentlich noch String. Hm? Was tun wir noch String brauchen momentan? Ne, boah. Nicht wirklich. Vielleicht zum Wiederverwerten, aber mir auch nicht. Mhm. Was ist jetzt eigentlich aus den... Ach ne, hast du hier rausgenommen, die ganz vielen Strings? Die hast du rausgenommen. Hab ich? War der Dreckblock, der hier drin war. Okay, also wären die doch zu Dreck. Okay. Verspendung. Warum aus so einem Baum kriegst du locker 32 solche String raus? Na ja. Was haben wir noch? Das ist ein Dreck aus einem Baum. Maggots. 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 Ja. Maggots. Meinst du die Fischer-Quester? Äh, ja. Äh, das war aber jetzt noch Tasty. Ja, da brauchen wir den Sifter für. Der versiffte Sifter. Ja, den mach ich mal. Ich hab genügend String. Okay. Sind es jetzt genug? Nein, es sind nur fünf. Awww. Ja, da brauchen wir den T Ja.